Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Marcio Freire starb beim Wellenreiten im Surferort Nazare in Portugal. Seine Spezialität war das Surfen von Monsterwellen. Er bekam den Titel des Mad Dog verliehen, nur wenige Surfer dürfen sich so nennen. Der brasilianische Surfer Marcio Freire ist an der portugiesischen Atlantikküste nahe dem Ort Nazare ums Leben gekommen. Der 47-Jährige sei gestorben, nachdem er beim Surfen am Strandgebiet Praia do Norte gestürzt sei. Das teilte die nationale Seefahrtsbehörde Portugals mit. Der verunglückte Surfer habe demnach eine Welle mit der umstrittenen Tau-Insurfing-Technik reiten wollen. Das Seegebiet vor der Küste von Nazare gilt wegen seiner Riesenwellen als einer der herausforderndsten Orte für Surfer weltweit. Das ist das mit deinem Freund und Familie. Vielen Dank für die Zuschauen. Vielen Dank für die Zuschauen. Vielen Dank.